Du bist noch auf der Suche nach günstigen FIFA 17 Coins? Dann check jetzt gerne den ersten Link in der Beschreibung ab. Dort geht's zu meinem Partner fifacoin.com und mit dem Rabattcode STAR bekommst du nochmal 5% auf deine Bestellung. Herzlich Willkommen Freunde zu diesem neuen FIFA 17 Video und heute gibt's mal ein weiteres Bekupen. Ich hab vorhin leider irgendwie einen Fehler gemacht, sodass das falsche Mikrofon aufgezeichnet hat. Ich hab eigentlich das richtige Mikrofon aufgenommen. Also ich hab auf das richtige drauf gedrückt, aber anscheinend ist das dann wieder rüber gesprungen und jetzt hab ich das Ganze leider mit der Webcam aufgenommen. Ich werd das Ganze jetzt einfach nachkommensieren und zwar ist das hier ein Pack Opening auf dem Account vom Phil. Einfach nur phi heißt er und der hat mir einfach seinen Account zur Verfügung gestellt und dafür nochmal ein riesiges Dankeschön. Philipp, Grüße gehen raus an dich. Ich würd sagen Hashtag Philipp einfach alle mal in den Chat ballern und es kann sein, dass das Mikrofon jetzt gerade wieder rumspackt. Denn das spackt leider in den letzten Tagen wieder ein bisschen rum und das nervt mich ehrlich gesagt auch sehr, aber da kann ich leider nichts machen. Ich werd mir demnächst wahrscheinlich eher ein neues zulegen müssen, denn das ist wirklich schon sehr, sehr fehleranfällig. Bei der Aufnahme jetzt hier, also diese Aufnahme hier mach ich jetzt schon zum dritten Mal, weil da einfach irgendwann so ein Staubsaugereffekt reinkommt. Ich kann euch das nicht wirklich erklären, aber alle die schon leider dabei sind, die wissen, wenn ich gestreamt habe damals. Also damals hab ich oft gestreamt und da ist, also ich streamer jetzt auch noch oft, aber da hat das Mikrofon dann manchmal so rumgespackt und da gab es dann so ein mega komisches, ein mega komisches Geräusch und das hat sich eben angehört wie ein Staubsauger. Und da ziehen wir in diesem Pack unbedingt dann den ersten Inform. Und das ist einfach mal Gabbiadini mit einem 84er Rating. Richtig, richtig nice. Da hab ich mich richtig gefreut für den Philipp. Und der ist einfach mal 30.000 Münzen wert. Also das ist schon richtig fein. Und dann kommen wir auch direkt schon zum nächsten Pack. Also wir haben hier ganz, ganz viele Packs. Ein 35k Pack, ein 25k Pack, 45k Set und auch ein 50k Set zum Ende dann. Und das ist ein Inform gewesen und ich kann euch einen kleinen Tipp geben, Jungs. Beziehungsweise einen kleinen Hinweis. Es wird noch einen zweiten Inform geben. Und das ist einfach nur richtig nice. Also das freut mich richtig. Und ja Freunde, falls ihr öfter wollt, dass ich Pack Openings auf den Accounts von Abonnenten mache, dann lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Und in diesen 25k Set ziehen wir da Nikolaj Müller mit einem 84er Rating. Ein richtig, richtig nicer Inform. 92 Tempo und richtig gute Werte ansonsten. Der ist leider nur 20k wert, aber ansonsten ist es einfach eine krasse Karte. Hier ein Vertragsset haben wir auch noch am Start. Und dann eben noch ein 45k Set und ein 50k Set. Und ja Freunde, ich möchte mich auch nochmal richtig bedanken bei eurem Feedback in letzter Zeit. Ihr merkt auch, ich mache fast jeden Tag ein bis zwei Videos. Und das mache ich auch einfach nur, weil es mir im Moment mega Spaß macht. Und das liegt einfach auch an der Resonanz. Einfach auch daran, dass ihr so viele Kommentare schreibt. Immer einen Daumen nach oben da lasst. Und die Streams auch immer richtig nice sind. Von dem her sehe ich gerade keinen Grund, keine Videos zu machen. Außerhalb, dass teilweise die Zeit fehlt. Also falls dann mal ein Tag kein Video kommt, dann liegt das meistens einfach daran, dass ich Training habe, dass ich was für die Schule machen muss, dass ich mich mit Freunden treffe und so weiter und so fort. Das heißt, ich versuche wirklich, jede Minute eigentlich fast zu nutzen, um irgendwie ein Video zusammen zu knüppeln. Und ja Freunde, das war es jetzt eigentlich auch schon wieder mit diesem Pack Opening. Ja, was ich gerade sagen wollte, war einfach, dass es das jetzt war mit dem Pack Opening. Und es ist gerade dieser Staubsauger-Effekt eingetreten, dieses Geräusch. Ich kann es jetzt nochmal ganz kurz einspielen, aber in einer ganz geringen Lautstärke, denn sonst werdet ihr alle noch taub werden. Also ich spiele das Ganze einfach mal ein, wie sich das so anhört. Ja, also das ist sicherlich kein angenehmes Geräusch und von dem her hoffe ich, dass mein Mikrofon bald nicht mehr so viele Faxen macht, ansonsten muss ich mir einfach ein neues zulegen. Und ja, vielen Dank nochmal an den Philipp, vielen Dank fürs Zusehen. Und ja Freunde, das war es mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage auch schon wie immer. Ciao Leute, FIFO Stars. FIFO Stars.